Herzlich willkommen zum siebten Filmfest Bremen hier bei unseren Studio Talks in Kooperation mit dem Indie Film Talk. Mein Name ist Susanne Braun und ich freue mich jetzt hier auf das Team von Sweet Desaster und darf ganz herzlich begrüßen die Regisseurin Laura Lemus und die Drehbuchautorin Guttumer. Hallo ihr beiden. Ihr habt uns in wunderbaren Filmen über Frieda mitgebracht, die nämlich unerwartet schwanger wird von Felix, der mit ihr bricht und wieder zurückgeht zu seiner Exfreundin und Frieda hat da nicht so große Lust drauf. Die lässt sich das nicht gefallen und versucht ihn mit auch manchmal sehr unmöglichen Sachen ihn wieder zurück zu gewinnen. Wir erleben in Sweet Desaster eine wunderbare Mischung von knallig bunten Charakteren und eben dem Wunder eines Neubeginns und wie das aussehen kann, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Wie bist du oder wie seid ihr dazu gekommen, diesen Film zu kreieren? Wann kam die Idee dazu? Wann hast du angefangen zu schreiben und ihr habt gesagt, okay wir produzieren das jetzt? Ja, also die Idee zu diesem, also ich habe irgendwann Ende 2015 eine Nacht nicht schlafen können und da gingen ganz viele Phasen in meinem Leben so durch meinen Kopf. Manchmal, also es ist ja immer so ein bisschen Rätsel, wo die Ideen herkommen, es ist ja ein bisschen Magic und morgens dachte ich so, ich glaube ich habe eine Geschichte und ich habe auch nicht nach einer Geschichte gesucht, aber auf einmal hatte ich das und ich habe versucht, das irgendwann zusammen zu schreiben. Ich habe meinen Produzenten Markus Katsch davon erzählt, der durfte alles mir aus der Nase ziehen und wir haben noch ein bisschen versucht, das zusammen zu fassen und dann sind wir haben mit Ruth kontaktiert, weil ich bin schon lange ein Fan von ihr. Und ja, erzähl du mal, wie das dann war. Ja, ich habe dann den Film von Laura gesehen, den sie vorher gemacht hatte, Alienation und den fand ich ganz großartig. Also der war so sehr verrückt und so eine wilde Mischung aus Stilmitteln und ein toller Humor und deshalb war ich schon sehr geneigt, die beiden zu treffen und die waren mir auch ungeheuer sympathisch. Auch die Geschichte hat mir viel erzählt. Ich habe dann diese Zettel gekriegt, die Geschichte gekriegt, die Laura aufgeschrieben hatte. Da war ich dann so ein bisschen ernüchtert, weil das war ziemlich, ja, ziemlich wild und, sagen wir mal, ohne viel Dramaturgie gedacht. Und es gab aber diese, also die, weil du schon die Tagträume auch angesprochen hast, diese kleinen Lichter da drin, wo ich dachte, also das ist toll, das kriegt man nicht jeden Tag, so ein Funke von so einer Idee, wo du weißt, das ist was Spezielles, das ist, das siehst du nicht jeden Tag. Und deshalb habe ich gedacht, na gut, also eine Geschichte, die funktioniert, die kriege ich schon hin. Und wenn es gelingt, diese speziellen Sachen zu erhalten, dann wird das gut. Ihr habt eine Geschichte mit sehr vielen wichtigen, tollen Themen, die in dem Film angespielt werden, die sehr verspielt angespielt werden, also schwere Themen, die nicht schwer im Bauch liegen, wie zum Beispiel der Verlust des Vaters von Frieda, der Umgang mit Tod, der Umgang eben mit Liebeskummer, aber auch Frauenpower, also die Stärke der Frauen, die da zusammenkommt und eigentlich da ist, man muss sie nur noch greifen. Wie habt ihr diese verschiedenen Themen so leicht, wirkt es fast so leichtfüßig in diesem Film verwoben? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe dann zum Beispiel gedacht, es gibt noch außer unserer Hauptfigur, die schwanger ist, es gibt noch zwei weitere Mütter mit Kindern. Und wo ich dachte, das ist eigentlich ganz schön, wenn so eine Schwangere, die auch eigentlich denkt, ich bin ja eigentlich auch schon zu alt dafür und wie soll ich das überhaupt alles hinkriegen, und sich ja auch, das erzählt der Film ja auch, dass Frauen sich ja nach wie vor in eine fatale Abhängigkeit begeben müssen, sobald sie schwanger sind, weil die Grenze, was kann man schaffen, eben dann auch enger wird, als wenn man ganz alleine sein Leben managt. Und da habe ich gedacht, na gut, dann vielleicht guckt sie sich dann so um und guckt nach Bildern von Müttern. Und da hatte ich eben dann diese zwei Begleitgeschichten erfunden, wo man bei beiden sagen muss, na, vielleicht nicht so geglückt. Aber es grenzt ja schon mal ein oder es zeigt schon mal die vielen Varianten, die es da noch gibt. Und das war jetzt für mich so ein spielerischer Umgang mit Mutterschaft und auch missglückter oder halbgeglückter. Die Tagträume sind da sicherlich auch ein ganz wichtiges Element, um diese Schwere aufzubrechen, diese Tagträume, die teilweise hat man da wirklich den tanzenden Felix in seiner Pilotenmontur mit seinen Kollegen und tanzt den Raum voll und sie freut sich. Dann aber wiederum auch die Sorge über, ich bin schon so alt, mit 40 noch ein Kind, diese Puppe, die sie dann im Arm hält, die deformiert wird, die eine Nabelschnur hat, sie trägt die hinter sich her. Also trotzdem, wenn ich das jetzt so erzähle, in dem Moment ein schweres Bild. Aber ihr schafft es, dass es eben beim Anschauen nicht schwer ist. Also ich kann mich dem sehr gut annehmen und fühle nicht irgendwie eine zu heftige Schwere, sondern diese Tagträume vereinfachen es mir, diesen Zugang auch zu Frieda und ihren Gefühlen zu bekommen. Wie habt ihr das geschafft, diese Tagträume zu entwickeln? Ja, ich denke, es kommt ja alles so ein bisschen aus dem Charakter her, wie Frieda so ist. Ich meine, das ist sicher ihr Coping Mechanism, wie die Engländer sagen, Überlebens-Taktik, was sie schon lange sicher hat, dass sie sich immer so aus den Situationen so ein bisschen ausdenkt, mit so einem Hang zu Drama, aber nimmt sich trotzdem nicht ernst. Und das ist so ein bisschen, wie sie sich so den Kraft erschafft, immer weiterzumachen. Und sie gibt lieber Gas als bleibt zurück. Und ich glaube, für die Phase ist es gut, auch wenn es manchmal vielleicht unerträglich ist, zuzuschauen, was sie da macht und so. Und das hat natürlich auch super Spass gemacht mit Friederike und meinen ganzen Head-ofs und Teams, diese Szenen zu kreieren, vom Look her, vom Sounddesign, Musik und so. Das war wirklich, also ich habe viel gelacht. Also das war auch beim Schreiben, fand ich immer das Lustigste, so, wie sie sich diese Geburt vorstellt in ihrem wilden Fantasie, was sie hat. Und man hat ja diese, also ich habe mich total angesprochen und abgeholt gefühlt, man hat ja manchmal diese wilden Fantasien oder halt einfach diese Tagträume, die so in einen hineinschlüpfen und die dann auch manchmal einfach so aus einem herausplatzen, so wie die Luftballons aus ihr herausplatzen, als sie eigentlich, Felix, nur sagen will, hey, ich bin schwanger und so hätte ich mir das vorgestellt, wie du darauf reagierst. Sie hat ja nicht nur, also Frieda hat ja nicht nur verschiedene Verbindungen zu alleinerziehenden Müttern, sie hat auch eine besondere Freundschaft, die in der Zeit sich entwickelt, nämlich zu Jolanda. Einer, ja, sehr, sehr, ein junges Mädchen, die eigentlich gerade jugendlich ist, auch gerade vielleicht sich da auch von ihrer Mutter ein bisschen entfernen will, selber die Welt entdecken will, totaler Nerd ist, ihren eigenen Lab hat, wo sie bastelt, und technisch unterwegs ist. Wie habt ihr diesen Charakter kreiert? Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ja, Frieda hat noch eine Freundin oder da entwickelt sich eine Freundschaft, aber das ist keine Gleichaltrige? Ich glaube, dieses Nerdtum, das hattest du schon mitgebracht in der ersten Idee, das fand ich auch total interessant, dass man da eine Person hat, wo das Alter eigentlich nicht zusammenstimmt, die aber trotzdem auf eine Weise zusammenpassen, auch weil Frieda sich das ja ganz stark bewahrt hat. Also die ist ja auch nur ein Kind in vielerlei Hinsicht und deshalb kommen die beiden auch so gut klar. Und ich fand das toll, dass die so viel kann, also mehr kann, als man ihr zutrauen möchte und da weit fortgeschritten ist, aber andererseits eben auch, ja, zum Beispiel mit Jungs kommt sie ja so gar nicht klar. Da hat sie irgendwelche Gedanken, ach, der wäre eigentlich nett, aber tut dann auch überhaupt nichts. Also ist da wiederum sehr unerwachsen oder fast noch kindlich. Das mochte ich ganz gerne. Und das Verhältnis zu ihrer Mutter, die einfach ein bisschen übergriffig ist und meinte, sie müsste alles organisieren für die Tochter. Das ist ja so ein Verhältnis, also ich kenne das gut. Dann gibt es ja auch noch diese Gruppe von Frauen, älteren Frauen in der Kirche, die Frieda und Jolanda begegnen, nachdem sie Felix nicht so richtig auf die Schliche kommen können, beziehungsweise sie schnell zurückziehen müssen. Wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, dass es diesen geschützten Raum nochmal gibt von einer ganz anderen Gruppe von Frauen? Ich glaube, diese älteren Damen waren auch schon von Anfang an dabei. Und was ich da noch dazu getan habe, war, dass sie Karten spielen, weil ich das auch mache. Und auch so eine Runde habe, wo ich mir das auch so ein bisschen vergleichbar vorgestellt habe, dass man das eben, das macht man sein Leben lang. Und man wird irgendwie auch miteinander alt und kennt sich wahnsinnig gut und wahnsinnig lang. Und wir reagieren ja auch immer wie so fast eine Person. Ja, ich mochte das gerne, die lustigen Omas. Die Bildsprache ist in dem Film ja auch etwas, was sofort ein mit, ganz subversiv erzählt, wer, wie, wo, wann dominiert oder unterwegs ist. Wir haben Frieda, bei der alles knallig und bunt ist, manchmal vielleicht so ein bisschen chaotisch. Und wir haben Felix, bei dem alles ganz klar strukturiert ist. Und das sehen wir auch immer wieder in der Bildsprache, den Flughafen mit seinen ganz klaren architektonischen Linien. Aber auch, wenn wir bei ihm zu Hause sind oder es um ihn geht, ganz im Gegensatz, wenn wir bei Frieda sind. Ich kann mir vorstellen, sowas überhaupt auch erstmal zu entwickeln. Da braucht man die richtige Kamerafrau. Die hast du mit Anna Bollek anscheinend gefunden. Wie seid ihr zusammengekommen und habt die Bilder entwickelt? Ich habe Anna's Film davor gesehen, was sie gemacht hat, Schwimmen. Das fand ich richtig schön, ihr Bilder. Und sie ist mit ins Board eingestiegen und wir hatten eine richtig gute Zeit bei der Vorbereitung, bei der Storyboard, bei der Bildsprachersuche. Es war echt richtig fruchtbar. Die ist auch sehr mutig und stark. Und ich denke, mir waren zwei Sachen wichtig. Frieda ist ja Finin, Halbfinin. Und ich habe immer diese Sache mit der Heimat gedacht. Und das hat ja in Finnland viel mit dem finnischen Design zu tun. Was so eine bestimmte Farbigkeit hat und die Stoffe, die sie hat. Ich denke, wenn man sich da auskennt, sieht man ihre Wohnung echt einiges und so. Und das hat auch ein bisschen vielleicht auch die Farbigkeit unterstützt. Was auch dann auch meine Szenenbildnerin Mona Kathleen Otterbach und Sabrina Kreme, meine Kostümdesignerin, wo wir das dann zusammen da so haben versucht, so eine Einheit zu machen. Und ja, und der Flughafen, da haben wir immer gedacht, da haben wir echt auch immer so große Bilder gesucht. Wir dachten, das ist so eine Kathedrale von Felix, wo Frieda überhaupt nicht hingehört. Ihr habt neben diesen beiden dominierenden Orten auch noch, ein weiterer dritter wichtiger Ort ist die Kita, in der sie arbeitet. Ihr habt in einer inklusiven Kita gedreht. Wie kann ich mir das vorstellen, auf was musstet ihr dann nochmal besonders achten? Generell mit Kindern zu drehen ist ja was, wo man auch einiges zu beachten hat. Wie seid ihr zu diesem Kindergarten gekommen und wie sahen die Dreharbeiten aus? Also, wir haben zwar in einer Kita gedreht, aber wir haben es uns total umgestaltet. Und wir haben meine Regieassistentin, Kim Doyen, die Kinder gecastet. Wir haben dann zusammen da tolle Kinder gefunden, deren Eltern halt sehr aktiv waren und uns unterstützt haben. Wir hatten eine super Kinderbetreuung. Also, mein Team war so ein Kinder-Whisperer. Also, jeder war so super mit den Kindern. Und es war echt lustig. Also, die haben natürlich immer eine bestimmte Zeit, was die im Set sein dürfen. Und es passiert immer unerwartete Sachen. Das kann ich sagen. Es war echt lustig. Wir hatten ein paar Kinder, die viel Erfahrung hatten, die schon echt sehr professionell waren. Und dann hatten wir Kinder, die noch nie im Set waren. Und unser Malmädchen, Anni, war super. Und ja, es war echt schön, als die da waren. Aber man kriegt immer nur genau das, was man braucht und so. Davor und danach passieren immer echt die lustigsten Sachen und so. Aber es war echt schön. Und das kommt auch über den Film rüber. Ich habe den Film sehr genossen. Ich habe sehr gelacht. Ich habe mitgelitten. Und war am Ende sehr befreit, dass dann nochmal die Gruppe der älteren Damen kommt. Und auch Frieda so ein bisschen zeigt, lass doch mal los. Du sagst allen anderen, sie sollen loslassen. Aber lass doch selber los. Lass dir helfen. Und das habe ich für mich sehr mitgenommen. Weil ich glaube, dass das häufig etwas ist, was man, ob jetzt als Frau oder überhaupt, dass man das immer so von sich weist. Und ich fand das total schön, in dieser Form mit Sweet Desaster so miterleben zu können. Ja, das habe ich ihr so, oder wir, sicher auch ihr gewünscht. Sie muss das nicht alleine schaffen. Und das, was ihr irgendwo fehlt, kann sie woanders wieder finden. Und Frauen unterstützen Frauen und Mütter unterstützen Mütter. Und da sind unsere Omas, ich habe die immer Spice Girls genannt. Die haben ja viel Zeit und viel Erfahrung. Eine letzte Sache muss ich noch fragen. Ihr hattet der Baywatch-Soundtrack, der war auf jeden Fall auch sehr präsent. Ein Song, den ich fast vergessen habe, aber den ich sehr mag. Und zu dem man gut tanzen kann. Und ihr hattet David Hasselhoff am Set. Wie habt ihr den denn noch gekriegt? Wir haben von ihm recht früh eine Zusage gehabt, weil er ist ja oft in Berlin. Und er wollte da ein paar Sachen verbinden. Er war schnell dabei, als wir den Kontakt zu ihm hatten. Wir hatten so eine Zoom-Call mit ihm. Aber dann kam Covid, Corona und er konnte nicht zum Dreh kommen. Und das war vor Impfungen. Und wir haben Hintergründe gedreht. Und wir haben einen Schnitt gemacht. Und wir wussten immer noch nicht, ob es klappt mit ihm. Und wir haben schon über Pappaufsteller nachgedacht und Duplikate und was auch immer. Aber durch viel Arbeit von meinem Produzent, Markus Katsch, haben wir echt einen Dreh in L.A. organisiert. Also er war vor Greenscreen im L.A. im Studio. Ja, ich war im iPad im Zoom. Da hat jemand immer so Herr Hasselhoff gebracht und wieder zurück vom Monitor. Und so, nicht meine Lieblingsart zu drehen. Aber er war guten Mutes. Und er war sehr berührt von dem Film. Und hat mir nach so einer E-Mail geschrieben, Life wins. Und ich so, ja, tut es. Und ich war sehr überrascht, als ich ihn gesehen habe im Film. Und habe danach natürlich gleich nochmal den Song mir angehört. Wie geht es jetzt mit Sweet Disaster weiter? Gibt es schon einen Kinotermin, wo, außer auf dem Filmfest Bremen, können wir den Film sehen? Genau, wir haben einen Kinostart. Zurzeit ist ab 10. August dieses Jahres. Also alle ins Kino. Nach den Sommerferien kommen wir wieder ins Kino. Da schreiben wir uns direkt in den Kalender. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch, für den wunderbaren Film, der ermutigt, der bunt ist und der Freude bereitet. Und wünsche euch noch eine gute Zeit auf dem Festival. Dankeschön. Danke. Und wenn ihr Sweet Disaster sehen möchtet in der Kategorie Humor und Satire, könnt ihr das natürlich beim Filmfest Bremen tun. Oder wie ihr gerade gehört habt, im August läuft der Film in den Kinos. Oder hier auch beim Filmfestival online noch bis zum 1. Mai. Und dann geht's mit dem Filmfestival. 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 Vielen Dank.